Guten Morgen, liebe Sorgen. Ich habe heute seelische Unterstützung in Form vom Bierbauch, Daniel. Moin. Moin, Daniel. Daniel ist schon am Staunen. Ich bin richtig neidisch über den schönen Zaun. Der sieht wirklich gut aus, ne? Ja, also kannst du auch bei mir aufbauen lassen, ist kein Thema. Das können wir gerne machen, aber wir beide hatten gerade noch Diskussionsbedarf, ne? Ja, ob Sichtschutz oder nicht Sichtschutz, ne? Das ist die Frage jetzt. Erste Einblicke auf den neuen Zaun. So sieht das Ganze aus. Und ich finde, das sieht hervorragend aus. Und eigentlich war angedacht, einen Sichtschutz reinzuballern, aber das sieht irgendwie schon so schick aus, dass man denkt, ja, einen Sichtschutz macht das Ganze kaputt, ne? Ich finde auch keinen Sichtschutz. Das macht den Zaun noch irgendwie, weiß ich nicht. Es sieht nicht aus, kann ich mal sagen. Hier, guck mal, Friedman Böckmeier kommt schon. Da kommen die Meister. Mal gucken, was die geraten. Also Sichtschutz fühle ich irgendwie wirklich nicht. Ich auch nicht, definitiv nicht. Wenn man ein bisschen was geschützt hat, kann man auf der Terrasse vielleicht eine kleine Ecke abstrennen oder was. Ein paar Pflanzen reinhängen. Ein paar Pflanzen. Das sieht auch schön aus, wenn man es bepflanzt. Bist du ja nicht wieder fit, Bierbauch, Daniel? Das Ganze am Rande? Es geht. Es wird besser. Es wird besser gesundheitlich. Also du bist nicht so ein Jammerlack wie Turben? Nein, die Medikamente wirken jetzt langsam. Das dauert ein paar Wochen halt. Ja, siehst du, da wird ja auch. Die Probleme nicht hatte, bis das ganz weg ist. Du hattest ein bisschen mit dem Kreislauf, ne? Blutdruck und Herzprobleme. Aber du bist ja noch einen jungen, fitten Kerl. Ja, das muss aber erst mal in den Griff kommen, ne? Das ist so, das sag ich dir. Und das muss laufen, das dauert ein paar Wochen, aber jetzt geht's. Das freut mich. Ja, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr anpacken hier. Ja, dann nimm dir mal die Elemente da vorne mit. Die kannst du ja immer einpacken. Nee, danke. Ich schaff das nicht, selber aufzubauen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Na, gut drauf? Selbstverständlich. Gut geschlafen? Heute ein bisschen kälter, ne? Gebe ich zu, es ist wirklich kalt. Daniel, hast du ein Edding mit? Ich hab gerade aus Versehen Böckmeyer gesagt. Also müssen wir noch in zwei Punkte hier vorne machen. Ja, ich hab Böckmeyer gesagt. Ich weiß nicht warum. Ja, Professor haben wir eben das. Böckmeyer und alles hat's. Lass mal, wenn du ein Edding findest im Haus, dann darf ich ihm zwei Punkte machen. Wilhelm ist ja nicht da. Der hat ja garantiert ein Edding in der Tasche. Ja, Wilfried war hier. Ja, dem ist aber zu kalt. Dem ist zu kalt. Er ist wieder zum Sportplatz gefahren. Da musst du heute auch noch hin, ne? Da muss ich auch noch hin. Hier musst du Löcher stopfen, ne? Löcher stopfen und Cola einkaufen. Cola? Das ist im Angebot. Das stimmt. Du hast ja auch eine Position im Verein, ne? Bei der ersten Herren bist du Betreuer. Betreuer, genau. Und Getränke wart. Mit Wilfried zusammen machen wir die Getränke. Wenn die im Angebot sind, kaufen wir Getränke. Und seitdem du da Getränke wart bist, läuft das auch? Mit Wilfried zusammen, ja. Vorher lief das nämlich nicht, ne? Ne. Nicht so ganz rund bei denen. Aber du, man muss ja für alle vorsorgen, ne? Das ist so. Was im Angebot ist, wird dann gekauft. Doch. Man muss das Geld ja nicht zum Fenster rausfallen, sondern man muss ja auch ein bisschen günstig kaufen. So, so sehe ich das auch. Für die Jungs. Für die Jungs. Und für dich. Du schlubberst ja auch gerne mal einen mit. Ja, ein paar Bier. Aber nicht so viel. Daniel, die Klempner sind oben. Was ist hier denn los? Tupperparty oder was? Ja, sicher. Geil, geil, geil. Ich war ja schon ein paar Tage nicht mehr hier oben. Ist aber auch nichts passiert. Aber die Klempner sind da. Es geht also vorwärts. Fandest du das jetzt gefährlich, da hochzulaufen? Nö. Die wackelt zwar ein bisschen, aber da muss man sich dran gewöhnen. Und wenn ich die Klempner sehe, die laufen da so hoch, denen ist das egal. Daniel, das ist Kupfer. Aber dein Geld, was das ist, das kann ich nicht mitnehmen. Stimmt, das muss ich dann ja bezahlen. Selber bezahlen. Was steht als erstes heute an? Ja, erstmal Heizungsleitungen verlegen. Ja. Im Drempel. Dann können die geschlossen werden. Und hier hinten noch ein bisschen Abschlussleitungen und Wasserleitungen legen. Das, was dann erstmal weitergeht mit dem Trockenbau. Vor allem geht es jetzt hier vorwärts auf der Baustelle. So sieht es aus. Schritt für Schritt, ne? Ja. Die Leute sagen dann ja immer, das wird hier nicht fertig. Aber jetzt kommen ja die Firmen. Ja. Jetzt kommen die Spezialisten. So, jetzt ist es vorbei mit dem Amateurgetur hier. Jetzt seid ihr am Zug. Jetzt kriegen wir hin. Außer Bierbock, Daniel. Der ist natürlich noch vom Fach. Das muss man einfach sagen. Daniel, ne? Ein bisschen was kann ich. Du kannst wirklich ein bisschen was, ne? Ja. Du weißt dir zu helfen. Ich weiß mir zu helfen. Das ist so. Wenn wir zu Hause sind, auch fast alles fertig jetzt schon. Echt? Ja. Dann wollen wir nochmal vorbeikommen und gucken. Das sind nur noch der Maler. Da muss man ein paar Kleinigkeiten machen. Ja? Kaffizier, das mache ich nicht selber. Das hasse ich auch. Und den letzten Rest, die Feigenspachteln. Aber in die macht ihr dann. Ja, siehste. Daniel, du musst mal gucken. Da liegen wirklich ein paar Euros, ne? Da liegen richtig Euros rum. Junge, 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 Junge. Was? Ja. Auf dem Hängerladen ist hier nie angekommen auf der Baustelle. Das Problem ist, du musst es ja trotzdem bezahlen. Nö, wurde ja geklaut. Die Jungs haben ja selber hochgeladen. Ja, die beteiligen wir dann. Ja, oder vorher? Vorher, hätten wir vorher machen müssen wir einen Wagenklauen. Wenn die Morgen kommen, wartest du im Gebüsch. Ja, und dann zieht die Kupferkaufel vom Wagen runter, wenn auch die da sind. Das wird noch wie ich von oben gelassen. Haben wir nie gesehen. Das wär's noch, ne? Nein. Bierbaum Daniel auf einmal mit einem Karpion Kastengeschal durch Rauderfeet fährt. Ja, um Wilke Beifahrer. Weiß auch. Es darf ja nicht in Vergessenheit geraten, Daniel. Der Klempner macht ja jetzt auch hier die Klempner-Arbeiten im zukünftigen Badezimmer oben. Und dann kann der Trockenbau hier fertig gemacht werden. Dann kannst du Trockenbau, dann kannst du Trockenbau weiter, ne? Komm mal vorwärts. Ja, dann ist das hier bald echt Geschichte. Also, liebe Leute, ihr könnt euch darauf einstellen, das wird hier fertig, ne? Hat ja keiner mit gerechnet, dass das hier irgendwann überhaupt irgendwie fertig wird. Was willst du jetzt mit dem dicken Hammer? Willst du da was frei ballern? Jo, sonst komm ich mit den Leitungen noch nicht ganz durch. Heißt das, dass wir wieder gefuscht haben oder ist das normal? Nein, das ist normal. Okay, gut, dann haben wir ausnahmsweise mal nicht gefuscht. Ja, ist gut. Daniel, die Jungs sind vom Fach, die brauchen uns hier nicht. Merkst du das? Das merke ich. Also, heißt das, Kaffee trinken? Du merkst das aber auch, ne? Hier sind so viele Fachleute jetzt am Werk, dass wir gar nicht mehr gebraucht werden. Du, wir sind ja auch für das Grobe zuständig in der Regel, ne? Ja, das ist wirklich so. Also, man merkt es halt wirklich, wir sind überflüssig geworden. Ja, überflüssig nicht, aber das sind Gewerke, die sollte man auch Fachleute machen lassen. Würde ich mal sagen. Ja, ist auch recht. Was hast du nachher davon, wenn deine Heizung nicht funktioniert oder Wasser nicht abläuft? Oder der Zaun schief ist. Wenn der Zaun komplett schief ist, das ist auch. Ist auch ein Murks. Das ist ein Murks, das geht nicht. Sieht aber wirklich weltklasse aus. Also, das ist eine Hammerarbeit von euch. Wo bist du bei? Abfluss für die Dusche. Also, das ist jetzt die Wasserleitung für die, hier ist das Wasserstecken und dann für die Dusche. Ja. Hier für die Toilette. Ja. Dann leg ich jetzt den Abfluss hier rüber, dass wir hier nachher das Abfluss für die Toilette wegführen können. Dann leg ich wieder für die Dusche mit dem Abfluss hinter dem Drempel lang. Und dann nachher hier vor und dann zur Dusche und so ein Wasserstecken. Easy. Noch mehr Kupfer. Was aber, warte, sorry. Du hast gerade was Interessantes erzählt. Das sind ja Bögen zum Pressen. Ja. Die kosten ja auch Preis pro Stück. Was kosten die pro Stück, wenn ich fragen darf? Ich kann dir ganz genau gar nicht sagen. Aber ich schätze mal so 2, 3 Euro irgendwie so. Okay. Und man kann das natürlich auch biegen, ne? Die Rohre meinst du jetzt wie hier? Genau. Da gibt es extra Biegezangen für. Ja. Da kann man das biegen. Und das spart was? Kosten. Kosten für die Bögen, genau. Und wie machst du es sonst? Schneiden? Und dann Bögen drauf fressen, ja. Und warum, was ist der Unterschied? Also gibt es Leute, die das nicht können, biegen? Ja, und auch einfach nicht machen, ne? Weil es schnell, also was heißt schneller geht, aber einfacher ist, Bögen zu benutzen. Ah, okay. Ja. Aber es würde jetzt genauso aussehen wie da, wenn du Bögen gemacht hättest. Also kannst du ja auch sagen, du hast gar nicht gebogen, sondern hast da so ein Ding zwischengehauen. Ja, genau. Ach, und damit biegt man das dann? Genau. Könnte man nicht mit der Hand machen? Ne, ne, dann wird es abknicken. Dann machst du Knick rein und dann läuft nichts mehr. Genau. Ja, ich finde das echt mal interessant, ne? Weil ich da keine Ahnung von hab, wie das Ganze jetzt läuft. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Rohre da vorne hinführen. Bist du die hier vorne, die enden ja da. Das ist einmal kalt und warm Wasser. Das verteilen wir dann noch zur Dusche und zum Waschbecken. Genau. Okay, cool. Und das andere, das kleine ist die Zirkulationsleitung, damit das Warmwasser schneller da ist. Was ist denn eine Zirkulationsleitung? Ja, das ist dafür da. Normalerweise müsste ja jetzt von dem Speicher, von dem Warmwasserspeicher, das warme Wasser erstmal bis hier oben fließen, beziehungsweise in der Leitung ist es dann ja noch kalt. Ja. Und das müsste erstmal komplett raus, bis es dann warm ankommt. Das hast du bei älteren Häusern oft. Genau. Dass du die Dusche anmachst und das Wasser ist erstmal kalt. Genau. Dann wird es langsam warm. Ja, und durch die Zirkulationsleitung ist unten eine kleine Pumpe drin, da wird das einmal in die Runde gefördert und dann ist ganz schnell Warmwasser da. Die Dinger sind so geil, ne? Da kannst du Leuten immer um die Ohren hauen. Oh, Udo. Was ist das denn für ein geiles Spielzeug? Sieht aber gefährlich aus, ey. Was ist das hier? Ein Ballermann? Was? Was ist das? Kupferpresse ist das? Ja. Das Ding ist sauschwer, Alter. Was wiegt der? Ich habe den in einer Hand, das ist also, ich habe wirklich, ich muss Kraft aufwenden um den, was wiegt der? Was schätzt du? 15 Kilo? Ja, bestimmt. Also das Ding ist wirklich sauschwer. Haarregneter. Ich dachte, da kann man jetzt mit rumballern. Ja, das ist wirklich scheißschwer. Damit die Leute mir glauben, das Ding ist wirklich heftig schwer. Hab ich nie mitgegeben. Das liegt auch nicht viel. Was kann der? Kannst du mir das erklären? Ach, das ist die Traulikpresse. Ja, damit sind die Fettlinge zusammen. Und du steckst da auch noch einen Finger zwischen. Geil. Diese Dichtringe drin. Ja. Und dann werden die hier so mit zusammengepresst. Kannst du den jetzt kaputt machen? Das kostet dann kein Geld für mich. Das kostet dann Geld, ja. Hau drauf. Drauf hauen? Ja. Aber da kommt dann das Rohr rein. Jetzt habe ich ja gar nichts gesehen. Jetzt ist ja gar nichts passiert. Man muss auch mal Experimente machen. Ich finde das geil, das Ding. Wir haben gerade keine alten Rohre hier rumliegen. Wir können auch irgendwas anderes mit kaputt machen. Das versteht auch jeder da draußen, dass man auch in meiner Praxis was testen muss. Das ist einfach so. Warmwasser, Kaltwasser? Nee. Vorlauf und Rücklauf. Alter, bin ich dumm. Ja, ich kenne mich halt wirklich null aus. Vorlauf. Warum Vorlauf und warum Rücklauf? Der eine, der läuft ja in den Heizkörper rein. Das ist der Vorlauf. Okay. Und der Rücklauf geht dann zurück ins System. Okay. Und dann hast du da unten so zwei, nur noch ein so ein Ding liegen. Warum? Dann mache ich jetzt den Abgang hier raus, weil hier dann der Heizkörper später hinkommt. Ah, okay. Das ist also einfach nur eine Verbindung zwischen den Rohren. Genau. Das ist der kleine. Das ist der kleine. Der ist aber dann ja auch langweilig, oder? Welchen nimmst du jetzt? Den großen? Den großen, ja. Ja, das ist der großen. Also wir machen jetzt nicht sinnlos kaputt, sondern wir machen jetzt auch wirklich was, was du sowieso machen würdest. Ja. Genau. Das ist jetzt hier das Knife-Moped. Ja, das ist eine Pressbacke. Eine Pressbacke. Ja, da haben wir verschiedene Größen, die verschiedenen Rohr. Ja. Die Rohrgrößen. Und dann drücken wir die mit zusammen, damit der O-Ring auf das Rohr gedrückt wird. Und stecken wir hier ganz locker, flogig drauf. Und der wird jetzt zusammen gepresst. Ja. Wie hieß er noch? Rücklauf und Vorlauf. Ja, genau. Guck mal, wieder was gelernt. Und jetzt muss man dazu sagen, dass das Ding höllisch schwer ist. Also das sieht dann, glaube ich, jetzt gerade einfach aus, aber ist es nicht. Hammer. So. Achtung, dein Kopf ist davor. Und nimm die Finger da weg. Dann setzt er da vernünftig drauf. Ja. Dann ist der gerade auf dem Rohr geschoben. Ja. Und dann können wir presse. Hau drauf. Satan. Und jetzt? Hat der das Kopf fast wieder gedrückt? Mein lieber Kokoschinski, was ein geiles Gerät. Ich feier sowas, find das geil. Ja. Und man muss dann noch mal dazu sagen, zum 85. Mal, das Ding ist so höllisch schwer. So ist es, glaube ich, nicht einfach, da dann so auf engen Raum irgendwie mit zu hantieren. Ja. Hammer. Ja, danke fürs Zeigen. Geil. Wie, damit schneidest du das jetzt ab? Ja. Ach, das wird einfach, da ist eine Klinge dran. Ui. Also ihr seid bisher das erste Gewerk mit dem verdammt coolsten Werkzeug hier. Ja. Hammer. Ja, also ich find sowas geil. Ich find solche kleinen Gerätschaften immer cool. Ja, super, ne? Könnt ihr das Ding mal sehen? Ja, klar. Steckst du das auch so locker in die... Ist das eine Diamantscheibe drauf, oder was ist das? Das ist ganz normal. Edelstahl. Krass. Ja, kann dich gar nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich hätte dafür die Flex genommen. Also das war doch mal mega interessant. Und auch cool, dass die Jungs das dann so erklären. Also man muss ja auch mal Fragen stellen und sich dafür interessieren, was so passiert. Wir haben gerade ein blödes Problem. Schaut mal. Alles lose. Hier können wir jetzt kein Zaunelement dranhängen und das Gespenst kommt erst morgen wieder. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Hat aber jetzt folgenden Grund. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der ist halt von innen gar nicht gefüllt. Der ist halt noch roh. Hier ist es nicht und da ist es gefüllt. Bei allen anderen auch. Ja, scheiße. Ja, dann muss der Maurer da morgen bei. Ja, und da ist ja jetzt nicht eben so. Da kannst du ja nicht eben fünf Säcke reinkippen. Da müssen ja zehn Säcke rein, wenn du damit hinkommst. Ja, das ist jetzt ja ärgerlich. Dann hat er das bestimmt vergessen, hier Beton reinzuhauen. Oh. Jetzt frage ich mich aber auch, dass wir da ja morgen sagen, weil der ist ja lose, ne? Oder klebt man das dann wieder? Haut man da einfach nochmal Beton zwischen, dass er wieder... Weil hier die Fuge... Oh, dann weiß ich nicht, wie das... Die Fuge ist ja auch... Wie das abwirft. Guck mal, der haftet hier ja gar nicht, wenn du mal guckst. Aber wie kann sich das denn lösen? Das wird ja Beton. Liebe Leute da draußen, ihr wisst das bestimmt. Oder Maurer von euch, wie das sein kann, weil er hat ja hier gar keine Verbindung. Die Verbindung ist ja hinüber. Willi! Junge, 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 wo bist du denn bei? Hier, die ganze Straßenseite ist schon sauber geworden. Sacki nochmal. Schau, das Herbst. Was ist los? Alles gut, Eichling. Wir haben mal Löw auf Baustelle. Hab's gesehen. Erstmal ein Docht in den Hals, wa? Hab's gesehen. Wurde kein Beton reingekippt. Furcht am Bau. Furcht am Bau, immer. Aber die Klempners sind oben am reißen. Ja. Die wollten jetzt eben zum Sportplatz fahren, Kaffee trinken. Äh, Daniel und Sven sind auch da. Was machen die denn? Das Schild. So stehen Felder. Abschleifen und neu bemalen. Ah, du stehst hier, Alter. Ist trocken jetzt. Ich bin still. Ist wirklich tolles Wetter, ne? Heute Morgen war arschig kalt, aber jetzt ist es toll. Ja, dann fahr ich jetzt zum Sportplatz Kaffee trinken. Muss doch umdrehen, ne? Nimm du doch. Ja, scheiße, ich muss ja umdrehen. Hörst du mit der Heistrasse. Ja, ja, aber nimm doch die Lautbläsern vom Fußballplatz und baller das eben alles weg. Geht nicht. Warum? Ich krieg die Eichel nicht mehr. Ach so. Ja gut, dann fahr ich jetzt weg. Ja. Tschüss. Grünen. 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 Steht er hier zum Quarz, Junge. Geht mal so ein.